Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wusstet ihr, dass es eine Lama-Karawane in Minecraft gibt? Schließt euch die Lama-Karawane an. Dies kann man ganz einfach machen, indem man mehrere gezähmte Lamas hat und dann ein Lama mit einer Leine anklickt. Schon reihen sich alle anderen Lamas, die in der Umgebung sind, hinter dem einen Lama an und ihr habt eine Lama-Karawane. Dies kann man nutzen, wenn man zum Beispiel mit mehreren Spielern läuft und man nur Lamas hat, muss dann halt nur eine laufen und die anderen Spieler können auf den Lama sitzen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet und abonniert für mehr.